Im digitalen Zeitalter kann ein einziger Beitrag einen Sturm der Entrüstung auslösen. Ein Klick, ein Bild, und schon kann die ganze Welt zuschauen und reagieren. Genau das geschah, als Saniya Ameti, eine Schweizer Politikerin, ein Bild auf ihrem Instagram-Account teilte. Ameti, bekannt für ihre kontroversen Ansichten, war sich der möglichen Reaktionen bewusst, aber das Ausmaß der Empörung überraschte selbst sie. Das Foto zeigte Ameti auf einem Schießstand, wie sie mit einer Waffe auf eine Zielscheibe zielte. Solche Bilder sind nicht ungewöhnlich, besonders in einem Land wie der Schweiz, wo das Schießen eine lange Tradition hat. Das allein wäre vielleicht nicht ungewöhnlich gewesen, aber die Zielscheibe selbst war es, was die Empörung auslöste. Es war nicht irgendeine Zielscheibe, sondern eine, die eine besondere Bedeutung hatte. Es handelte sich um eine Darstellung der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind. Diese religiöse Ikone ist für viele Menschen heilig und unantastbar. Das Bild, das von vielen als zutiefst respektlos empfunden wurde, verbreitete sich in Windeseile und zog Kritik aus der gesamten Online-Welt auf sich. Innerhalb weniger Stunden hatten tausende von Menschen ihre Meinung dazu geäußert und die Diskussionen wurden immer hitziger. Die sozialen Medien explodierten förmlich vor Kommentaren und Reaktionen. Nachrichtenagenturen griffen die Geschichte auf, und bald war sie in aller Munde. Proteste wurden organisiert, und die Debatte über Respekt und Meinungsfreiheit entfachte erneut. Die Kontroverse um Amethys Beitrag rührte von der Heiligkeit des Bildes her, das sie als Zielscheibe benutzte. Das Bild, das sie wählte, war nicht irgendein gewöhnliches Bild, sondern eines, das tief in den Herzen vieler Menschen verankert ist. Für Christen haben die Jungfrau Maria und Jesus eine immense religiöse Bedeutung, die weit über einfache Symbole hinausgeht. Diese Figuren sind zentrale Elemente ihres Glaubens und ihrer spirituellen Praxis. Sie stehen für Reinheit, Opferbereitschaft und göttliche Liebe. Diese Werte sind tief in der christlichen Tradition verwurzelt und werden von Gläubigen auf der ganzen Welt hochgehalten. Die Verwendung ihres Bildes auf diese Weise wurde als zutiefst beleidigend angesehen, da es als eine Form der Entweihung betrachtet wurde. Viele fühlten sich persönlich angegriffen und verletzt. Es wurde als krasse Missachtung religiöser Gefühle wahrgenommen, was zu einer Welle der Empörung führte. Die Menschen drückten ihre Bestürzung und ihren Schmerz aus. Es entfachte eine Debatte über die Grenzen der Meinungsfreiheit und die Bedeutung der Achtung religiöser Überzeugungen, auch in der Online-Welt. Diese Diskussionen sind nicht neu, aber sie wurden durch diesen Vorfall erneut angeheizt. Der Vorfall diente als eine deutliche Erinnerung daran, dass das, was der einen Person als harmlose Handlung erscheinen mag, für eine andere Person zutiefst verletzend sein kann. Es zeigt, wie wichtig es ist, Sensibilität und Respekt im Umgang mit religiösen Symbolen zu wahren, besonders in einer zunehmend vernetzten Welt. Als die Gegenreaktionen zunahmen, reagierte Ameti schnell. Sie löschte den umstrittenen Beitrag und veröffentlichte eine öffentliche Entschuldigung, in der sie die von ihr verursachte Beleidigung einräumte. Sie erklärte, dass sie nicht die Absicht gehabt habe, irgendeine Religion zu beleidigen und dass die Wahl der Zielscheibe unbeabsichtigt gewesen sei. Während einige ihre Entschuldigung akzeptierten, blieben andere unüberzeugt und argumentierten, dass die Handlung selbst einen Mangel an Sensibilität und Bewusstsein zeige. Der Vorfall verdeutlichte, wie schnell Onlinehandlungen reale Konsequenzen haben können und wie wichtig es ist, Verantwortung für unseren digitalen Fußabdruck zu übernehmen. Die rasante Verbreitung von Ametis Beitrag und die darauf folgende Empörung unterstreichen die immense Macht der sozialen Medien. Plattformen wie Instagram, Facebook und Twitter sind zu modernen öffentlichen Plätzen geworden, auf denen sich Informationen, Meinungen und leider manchmal auch Taktlosigkeiten wie ein Lauffeuer verbreiten können. Diese Plattformen bieten zwar unglaubliche Möglichkeiten der Verbindung und Kommunikation, aber sie verstärken auch die Folgen unseres Handelns. Ein einziger Fehltritt, ein Moment schlechter Beurteilung, kann schnell zu einer viralen Kontroverse eskalieren, die innerhalb weniger Stunden Millionen von Menschen erreicht. Abschnitt 5 Die Achtung religiöser Symbole Eine universelle Verantwortung Die Kontroverse um Ametis Beitrag ist eine eindringliche Erinnerung an die Bedeutung der Achtung religiöser Symbole. Für viele Menschen sind diese Symbole nicht nur Gegenstände oder Bilder, sondern stehen für tief verwurzelte Überzeugungen, Werte und Traditionen. Sie respektlos zu behandeln, bedeutet, den Kern des Glaubens eines Menschen zu missachten. Es ist eine universelle Verantwortung, unabhängig von den eigenen Überzeugungen, religiösen Symbolen mit Sensibilität und Respekt zu begegnen. Dieses Verständnis ist entscheidend für die Förderung einer harmonischen und toleranten Gesellschaft. Abschnitt 6 Aus dem Vorfall Lernen Ametis Instagram-Post, so bedauerlich er auch war, bietet eine wertvolle Gelegenheit zur Reflexion. Er zwingt uns, unsere eigenen Vorurteile zu hinterfragen und zu überlegen, wie sich unser Handeln auf andere auswirken könnte, auch unbeabsichtigt. Er erinnert uns daran, dass die digitale Welt trotz aller Anonymität kein Raum ohne Konsequenzen ist. Unsere Worte und Handlungen im Internet haben Gewicht. Sie können verletzen, beleidigen und sogar Hass schüren. Daher ist es unerlässlich, dass wir uns selbstkritisch hinterfragen, bevor wir auf den Posten-Button klicken. Abschnitt 7 Die Bedeutung religiöser Toleranz in einer vielfältigen Welt In einer zunehmend vernetzten Welt, die von unterschiedlichen Kulturen, Glaubensrichtungen und Werten geprägt ist, ist religiöse Toleranz nicht nur eine Tugend, sondern eine Notwendigkeit. Es geht darum, das inhärente Recht des Einzelnen anzuerkennen und zu respektieren, seinen Glauben frei und ohne Angst vor Diskriminierung oder Vorurteilen auszuüben. Es geht darum, ein Klima des Verständnisses und der Empathie zu fördern, in dem Unterschiede nicht als Bedrohung, sondern als Chance für Wachstum und Bereicherung gesehen werden. Abschnitt 8 Nachdenken vor dem Posten Eine Notwendigkeit im digitalen Zeitalter Im digitalen Zeitalter, in dem unsere Online-Präsenz eine Erweiterung unserer selbst ist, bekommt das Sprichwort, denke bevor du sprichst, eine neue Bedeutung. Es wird zu, denke bevor du postest. Jeder Klick, jedes Teilen, jeder Kommentar trägt dazu bei, die Online-Landschaft zu gestalten. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung dafür zu sorgen, dass diese Landschaft von Respekt, Empathie und Verständnis geprägt ist. Indem wir innehalten und über die potenziellen Auswirkungen unserer Worte und Handlungen nachdenken, können wir zu einer integrativeren und mitfühlenderen digitalen Welt beitragen. Abschnitt 9 Online für Verständnis und Empathie werben Um ein toleranteres und respektvolleres Online-Umfeld zu schaffen, müssen wir uns bewusst darum bemühen, Verständnis und Empathie zu fördern. Das bedeutet, dass wir uns die Zeit nehmen, andere Kulturen, Religionen und Perspektiven kennenzulernen. Es bedeutet, einen offenen und respektvollen Dialog zu führen, auch wenn wir mit abweichenden Meinungen konfrontiert werden. Es bedeutet, Vorurteilen und Diskriminierung entgegenzutreten, wo immer wir ihnen begegnen. Indem wir Empathie und Verständnis fördern, können wir eine digitale Welt schaffen, die unsere gemeinsame Menschlichkeit feiert. Abschnitt 10 Brücken bauen, keine Mauern Unsere Unterschiede schätzen Lernen. Die Schönheit der Menschheit liegt in ihrer Vielfalt. Unsere unterschiedlichen Kulturen, Glaubensrichtungen und Werte bereichern das Bild des menschlichen Daseins. Anstatt zuzulassen, dass uns diese Unterschiede trennen, sollten wir uns bemühen, Brücken des Verständnisses und des Respekts zu bauen. Indem wir unsere Unterschiede akzeptieren und voneinander lernen, können wir eine harmonischere und mitfühlendere Welt schaffen, sowohl online als auch offline. Abschnitt 11 Der Weg nach vorn Respekt und Verantwortung im Netz fördern Während wir durch die sich ständig weiterentwickelnde digitale Landschaft navigieren, müssen wir Respekt, Empathie und Verantwortung in unseren Online-Interaktionen in den Vordergrund stellen. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, wie unsere Worte und Taten andere beeinflussen können. Wir müssen die Macht unserer Worte und Handlungen erkennen und uns bemühen, diese Macht für das Gute einzusetzen. Dies bedeutet, dass wir uns aktiv darum bemühen sollten, positive und unterstützende Botschaften zu verbreiten. Indem wir Toleranz, Verständnis und ein durchdachtes Engagement fördern, können wir eine digitale Welt schaffen, die das Beste der Menschheit widerspiegelt. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, eine Umgebung zu schaffen, in der jeder sich sicher und respektiert fühlt. Setzen wir uns gemeinsam dafür ein, die Online-Welt zu einem Ort zu machen, an dem sich jeder sicher, respektiert und wertgeschätzt fühlt. Dies erfordert kontinuierliche Anstrengungen und die Bereitschaft, voneinander zu lernen und zu wachsen. Nur so können wir eine inklusive und unterstützende digitale Gemeinschaft aufbauen.